So Leute, der Wax hier und willkommen zurück zum Let's Play von Halo 4 Online. Wir nehmen mal, ja egal, zusammen mit dem Skunkie und mit dem Saturn. Hallo. Bisschen nimm mich Kernobst. Oder Kernobst, wie du es wünschst. Ne, ist mir egal. Und wir spielen den Capture the Flag. Vielleicht kommt der gute David, also Raston auch noch dazu. Der ist gerade noch essen. Er ist enraged. Ich habe ihn eingeladen und er ist nur an Skype. Also von nachher. So. Na dann. Ah. Schokobier. Oh man, den Namen haben. Schokobier? Der Schokobier 13. Ach so. Ja. Ich spreche das irgendwie mal gleich aus. Kenne ich die Map nicht oder erkenne ich sie nicht? Äh, doch. Ich erkannte sie nicht, okay. Oh, ich fühl's Plasmarschwert. Auch wenn es ziemlich weit weg geht. Ey, komm, das kann ich... Ne, oder? Unendlich sprinten ist geil. Geht doch. Na komm, ich hab dich, ich hab dich. Jawoll. Und Plasmarschwert. Wunderbar. Nix noch. Ach, wunderbar. Nach einer... Nach einer kleinen Zockseite von... Du kannst sogar mit der Flagge faszinieren, da seh ich jetzt erst. Ich geh auch schon nachher, so glaub ich. Bumur, gar. Sehr gut. Du kannst ja mitreden. Hallo, David. Hallo. Nehmt ihr auf? Ja. Oh. Oh, ist die schlimm. Naja. Nehmen bei, ich hab die Flagge und bin grad da. Also wär cool, wenn ihr die wieder zurückbringt. Ja, ja. Oder kann ich die auch so abliefern? Hab mir grad ein bisschen weniger Objective gespielt. Ach, ich kann die auch so abliefern. Ja, cool. Hey, bei Halo 4 macht Capture the Flag so viel mehr Spaß. Ja, Mann. Erwischt. Und ich auch. Komm, ich erwisch dich doch. Fuck. So, ich werde mal zur... Äh, zur... BR wechseln, genau. Battle Rifle. Was ist denn du bitte? Ich hab die Flagge und kein Schild. Ich hab die Flagge und kein Schild. Ich hab grad Spekulatius gegessen. Oh, Spekulatius. Oh, ich liebe die. Und gleich wollte ich mir eine Pizza. Ich hab lange... Ihr helft mir nicht, oder? Das ist ja voll die halbe Mischung hier. Pizza, Spekulatius. Ich hab so lange keine Pizza gegessen, Mann. Ja, ich hab's nicht. 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 Äh, komm. Wir müssen erst mal. Danke, dass ihr mir zuhört. Finde ich supertoll. Ja, ist okay. Was hast du gesagt? Ich hab die Flagge und kein Schild. Immer noch. Ach so. Und trotzdem hab ich fast alleine geschafft. Oh ja, das ess ich. Dann bin ich mal stolz auf dich und so. Dankeschön. Ich hab jetzt gerade zwei Flaggen erobert. Wie flappt ihr? Hä? Wie viel? Ich defend hier gerade alles. Äh, 5. Du spielst nicht das Objective. Nee. Kann ich nicht gut heißen. Ja, gut. Dann werde ich mich auch mal um die Flagge kümmern. Ey, meine Nase juckt gerade übel. Oh Gott. Das lenkt voll ab. Ich hab gerade einen Massaker. Wie geil. Ausgleich, wenn ich ihn nicht aufnehme. Mann auch. Egal, ich verweise heute einfach auf deinen Link. Das machst du. Das mach ich. Das ist für uns alle gut. Richtig. Du kriegst Aufmerksamkeit. Ich krieg, äh, eigentlich auch Aufmerksamkeit. Ne Win-Win-Situation. So sieht's aus. Oh shit. Na, komm, das war, ne okay. Ey, ich glaub, die können. Ey, pass auf. Ey, ich komm mit der Flagge. Schieß ihm, schieß ihm mit der Pistole an. Er rennt weg. Und dann rennt er weg. Warum rennt er weg? Ich hab keine Ahnung. Hm. Na? Hat er entschuldigt? Äh, da, weißt du, ob der MLG-Modus schon verfügbar ist? Ich hab's jetzt nicht sehen können. Ich hab gerade den Lack erobert. Na, das ist schade. Warum hast du mir eine Nachricht geschickt? Hm. Ach komm, damit wir das alle mal sehen, ähm. Wer ich die jetzt einfach mal öffnen. Du, 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 so. Äh, okay. Das war wirklich eine sehr tiefgründige Nachricht. Tiefgründig? Die hat mein Weltbild um einiges verändert. Meins auch, meins auch. Also, das glaub ich dir. Lass mich raten, der hat dir einen riesengroßen Penis gesendet. Alter! Ich bin gerade gegen die größten... Wo warst du das? Wir spielen gerade so gegen die größten Noobs. Ja, irgendwie... Ich bin... Ich bin... Ich hab drei Flaggen eingenommen, irgendwie gefühlte zehn Leute gekillt und bin noch nicht gestorben. Warum rennt der weg? Warum rennt der weg? Ja, eben, der... Was macht denn der? Die rennt einfach weg, ne? Hat der... Hat der... Hier, hier. Penis, hatte ich recht? Ja. Jetzt recht? Äh? Was? Nein. Natürlich, man. Ich hatte recht. Wenn du das sagst. David steht auf Penis, ne? Genau. Oh, rettet mich. Und er steht darauf, wenn ihm ein Spiel geschenkt werden. Wenigstens... Ja. ...bastel ich meine... Ich hab gehört, David steht auf Hitman. Ich bin auch Hitman. Ich bin Hitman. Das ist gut, das Spiel. Ist es auch, ne? Ist gar nicht schlecht. Ich will es ja auch spielen. Ja. Und, Ratsch, wer die fliehte Flagge hat. Vierte Flagge! Serhatan, wenigstens bei euch meine Energydrink-Pulle oder wie auch immer nicht zu einer Vagina um. Das hat funktioniert. Ey, Flashlight ist so geil, ne? Wie kann man jetzt schlagen? Ah, okay. Okay. Die kann man auch professionell kaufen. Das nennt sich Flashlight. Nebenbei, ich hab grad... David... Ich hab vier Flaggen eingenommen. Ja, Serhatan. Du bist nur neidisch, weil du die nicht hattest. Hey, holt mal einer die Flagge von uns zurück. Ich will unsere... Ich will die ginosche Flagge an Spawn bringen. Hab's nicht geschafft. Tut mir sehr leid. Hey, Gregor, weißt du... Ach, äh... Ja, wohl. Serhatan, weißt du eigentlich, dass bei Gregor... ...der Schepper... ...alles nochmal umgeschmissen hat am Ende? Wer ist der Schepper? Jonas? Ja. Jonas wäre auch fast gestorben. Von der Alkoholvergiftung, weil der Typ hat Suppe gesoffen. Ey, komm, ernsthaft. Was ist das denn für ne Deckung? Der hat Dünger getrunken. Ich bin mit der Scheiß Flagge bei uns am Spawn und ich sterbe, weil irgendeiner von... ...den Spaß, dass uns im Team uns... ...mich nicht verteidigen kann. Was ist der Dreck? Ich bin auch gar nicht gestorben. Ey, ich weiß nicht mal, wo ich hier rinrennen muss, man. Das ist scheiße. Was spielst du denn, du, Mann? Ich bin ein Hell of the Four. Ich bin ein Flankträger. Leute, wo muss ich hin? Abliefern, da. Da muss ich abliefern. Ah, ah. Ja, klar, am Rennen, das war's mal wieder, ne? Aber wenn ich die Flagge hab, daaaann, dann sterbe ich natürlich. Ich sterbe nicht. Abliefern. Ich lebe bis... Ich hab... Ich find das voll geil. Ich bin bis dahin noch nicht gestorben, Alter. Ja, Leute. Gern geschehen, ne? Ihr habt gewonnen wegen mir, aber... Sau geil, Alter. Sertan, kannst du in die Pfanne hauen. Das war das beste Spiel, das ich bisher hatte, Alter. Ohne Scheiß. Alter, ich bin... Ich bin Platz 2. Ich bin vorletzter. Ich bin vorletzter. Gern geschehen. Ich würde sagen, das war's bis zum Part. Warte, nein, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Du musst vorher bitte nochmal die Stats zeigen. Wow. Ah, wie geil. Nicht schlecht. Geht mit Skunkie. Und ich hatte 13 zu 7. Und ich hab auch noch 5 Flangen... Ne, 4 Flangen hab ich eingenommen. Nicht schlecht. Ich hatte 5... Ah, ne, ich hatte 13 zu 5. Dankeschön. Na gut. Das war's bis zum Part. Ich würde sagen, macht's gut und beim nächsten Mal spielen wir einen anderen Modus.